Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder heute Zagumas und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, in diesem Video spielen wir Battlefield 1 Eroberung und ja, das ist das erste Mal, dass es wirklich auf meinen Kanal kommt. Battlefield 1 und halt generell Ballerspiele. Ja, ich hoffe, euch gefällt's. Das Video werde ich auch nicht schneiden. Wie ihr mitbekommen habt, das andere Battlefield 4, Call of Duty 2 und 3 habe ich aufgenommen, das habe ich auch alles nicht geschnitten. Ähm, da habe ich auch gesagt, im Battlefield 4 Video habe ich gesagt, ähm, dass ich schneide im zweiten Video. Also, wenn ich nochmal jetzt aufnehme, wird das auf jeden Fall geschnitten. So, die besten Sachen werden reingeschnitten und die schlechtesten raus. Und, ja, ich sag mal, wir beginnen hier mit Emil. Wir gehen in Emil rein. Emil. Jetzt sprache, so. Dann gehen wir mal rein hier. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so laut. Müsste eigentlich passen. Na, das ist ein Panzer, Alter. Habe ich gar keine Lust drauf. Ich spiele mit Tastatur. Weil das, glaube ich, für mich am besten ist. Nein. Ich wollte doch Granate werfen. Jetzt hat er Attacke gemacht, hat er. Huh, schnell nachladen. Wir haben ein Panzer, der Laser erobert. Oha. Aua, das hat ein bisschen, das hat ein bisschen wehgetan. Wollte ich nur mal so sagen, dass er mich direkt hier umgebracht hat. Also, in diesem Video schneide ich nicht, wie gesagt. Ab im nächsten Video wieder. So. Denn ich will mal gucken, wie das so rüberkommt. Und dann, ja, gucken wir mal. So, ich will jetzt NHD erobern. Habe ich noch eine? Nein. Oh, Junge. Steht der da einfach? Ah, Junge. Nein, Granate. Oh, ho, ho. Scheiße. Auha. Da. Ach, scheiße. Ach, Mann. Oh. Alter, wie der mich einfach geholt hat, ey, Dicke. Ich, ich. Ich sehe nur noch, so, die Granate da liegen. So, uch. Äh. Ja gut, warum spawnen? Willst du mich komplett verarschen, Teammate? Ich habe gedacht, er war frei. Nein. Da müssten ja ganz viele Leute stehen. Warte mal, ich will mal eine andere Klasse nehmen. Nein. Jetzt habe ich eine Scheißklasse. Ach, nee. Das wollte ich gar nicht benutzen. Naja. Au. Chihuahua. So. Leute, ich will hier auch was machen, ey. Hä? Wie hat der mich denn gesehen, Alter? Jetzt ernsthaft. Der hat doch Wärmebildkamera. Soll ich schnell mal wieder umtauschen, hier. Komm, wir machen mal den Speer. Ja, weil das ist eine gute Map zum Snipern. Finde ich. Oha. Autsch. Naja, ich muss noch ein bisschen üben mit den Dings. Warte, machen wir mal drei. So. Dann gucken wir mal, wo die Leute sind. Das Zielfernrohr ist so hardcore. Also, ob ich den noch nicht mal einmal getroffen habe. Okay. Wir nehmen wieder die alte Klasse, Leute. Das ist ja hier kacke. Also, das ist scheiße. Das ist, das ist auch kacke. Ne, dann nehmen wir hier. Der Arzt. So. Den haben wir auf jeden Fall auch gekillt. Also. Ich ja nicht, aber. Mit Hilfe. Geht's klar. Warte, ich bleib mal erstmal hier und erobern die Kacke hier. So. Nice. So. Schnell mal nachladen. Ah, verreckt noch. Oha. Holy moly, Alter. Ey, Mann. Das kann doch nicht sein. Überall stehen sie, Alter. Überall. Mein Gott. Das können sie doch nicht machen. Okay, die nehmen auf jeden Fall wieder C ein. Das ist mega gut. Ich finde die Map nicht so geil. Hier ist halt sehr viel Raum. Wo man echt schnell sterben kann. Uiuiuiuiui. Double Kill. So geht's nicht, mein Freund. Holy moly, holy moly. Okay. Das ist eine gute Position hier. Naja, wir gehen mal voran. Oh, Gas. Nein. Ich wollte gerade was anderes abfeuern. Ach, Kacke, ey. Ich wollte diese Feuergranaten oder wie man die nennt, abfeuern. Ah, das ist gut, dass wir irgendwo reingejoint sind, weil das ist gleich relativ gut schnell vorbei. Das Video dauert halt dann nicht so lange. Da ich das Video ja nicht schneide, es ist relativ gut, dass es so schnell geht. So. Oder? Ne, doch nicht. Ha, es geht ja bis 1000. Ich dachte, es muss runtergezählt werden. Hä? Ach, du Scheiße. Ey, nee, ne? Okay, da waren noch mehr, Alter. Ach, Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ich glaube, das Video geht wirklich ganz so lange, aber dafür gehen die nächsten Folgen nicht so lange. Ich spiele auch nicht nur Eroberungen, sondern auch andere Spielmodi. Ihr könnt ja auch, wenn dann, in die Kommentare mal schreiben, was ich spielen soll für Spielmodi. Und darüber würde ich mich dann mal sehr freuen. So. Man sieht hier auch kaum, Alter. Ja. Headshot. Nein. Okay, ich habe fünf Kills, Alter. Nach Tode. Geht auf jeden Fall, klar. Ich brauche auf jeden Fall mal neue Waffen, Alter. Aber irgendwie muss man ja hier Geld bezahlen. Aber ich weiß, also mit Scheinen. Battlefield-Scheine. Aber keine Ahnung, wie man sowas bekommt. Und was ich überhaupt nicht kann bei Battlefield ist fliegen. Das geht überhaupt nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wie man das am besten macht. Ja, komm, Alter. Da heile ich mich jetzt selber mal. Das ist so dumm, Alter. Ich habe einen Erste-Hilfe-Scheiße, ne? Und kann mich und heile mich nicht selber. Alter. Mann! Scheiße. Darum steht das Pferd, ganz alleine. Nein! Da ging die Munition leer. Okay, Leute. Wir probieren es nochmal mit einer Sniper. Einmal probieren wir es. Warte mal, scheiße. Ich muss ja auf jeden Fall irgendwo anders lang gehen. Nein! Ah! Ich wollte nur noch da hinten. Loll, Alter. Scheiß Bombenflieger. Der weckt mich ja auch ohne Grund. Er macht mich einfach kaputt. Dicke. Dieser verrückte Morgung. Junge. Moin. Kann ich irgendwie bildschlisch sein? Oben ist einer. Komm, werfen wir mal eine hoch. Vorsicht jetzt! Oh, Panzer. Ich schreck mich nicht so jetzt. Okay, das gibt auf jeden Fall nochmal gute XP, wenn man das erobern kann. Oder der war dahinter. Nice. Eroberung vollendet. Komm raus, Dude. gut. Ah, jetzt muss er wieder nachladen, oder wat? So, wo sind denn die ganzen Kinders? Okay. Komm doch mal da oben raus, Alter. Der versteckt sich hier einfach so ohne Grund, Alter. Wir haben eins und die Wärter erobert. Ah! Okay, scheiße, ich hab keine... Achso, ich bin ja kein Arzt mehr. Alter, ich werde da oben sein, ne? Komm raus, Mann! Wuhu-hu-hu-hu! Wir verlieren Einsatzziel Wärter. Ja, Mann! Hä? Was macht er da oben? Wir haben das Einsatzziel Albert verloren. Nein, da ist auch keine Maske, Alter. Na doch, lach! Ich hab keine Munition mehr, wow. Komm, wir gehen mal weiter. Da oben ist einer. Toll, zwei gegen eins. Oha. Leute, 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 Leute. Okay, ich hab kaum Munition. Wir kämpfen aber weiter. Kaum Leben, nur noch fünf Schuss. Was will man mehr? Okay, ich krieg wieder Leben ein bisschen. Da war auf jeden Fall einer. Störbt nicht, Digga. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Ah! Ah, Junge! Okay, das war aber schon eigentlich gut, Alter. Aber wir benutzen natürlich wieder das andere Kit jetzt. Sorry, dass das Video wirklich so lange geht. Ist ein Ausnahmefall, Alter. Ist wirklich Ausnahme. Wie gesagt. Wird auf jeden Fall in der nächsten Folge nicht mehr so sein. Definitiv nicht. Ich hab ihn nicht gesehen. Ach, da war der. Ach, Mann, Alter. Das ist halt scheiße, wenn man da direkt spawnt. Ach, komm. Ich hab irgendwie grad richtig fun, nochmal sowas zu machen. Nein. Kollege ist tot. Ja, ich warte, bis E fertig ist. Und spawen wir da mal. Schafft ihr das? Komm schon. Ja, Mann, ihr schafft das. Ich kann da aber auch joinen. Ne, ich join lieber da. Das ist mir so riskant. Ich kann gar nicht weiter höher. Was ist das denn, Alter? Ich bin überhetzt. Wo ist der? Wo ist der hin, Mann? Fahre mal zurück, Digga. Habe ich ihn jetzt gekillt oder nicht? Hm, keine Ahnung. Lass mich mal hier raus. Wir haben Einsatzziel Albert verloren. Okay, go. Scheiße, Mann. Das ist ein Panzer. Ei, 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 ei. Komm, wir verpissen uns. Wir verpissen uns, Leute. Ab zu F. Ich will das auch noch erobern. Kriege ich wenigstens noch ein paar Punkte. Moinsinn. Alter. Oh, Luft, Digga. Huh? Wären wir beschossen oder was ist los hier? Ah, nice, Digga. Heilige Scheiße. Okay, da oben war einer. Ey, Mann. Schon 21 Minuten geht das Video. Ah, okay. Mist. Na ja, geht schon. Kriegen wir ihn? Wie steht's denn gerade? Ah ja, die haben eh gleich gewonnen. Nehmen wir noch ein paar Dinger mit. Und wir fahren nochmal zu F. Hier ist auch gerade keiner. Ich will auch bis da oben hinschießen. Ich baller einfach irgendwo mal hin. Okay, die anderen sind alle schon vergeben. Ach ja. Wir haben Einsatzziel David erobert. So, da ist er. Uh, da ist einer. Äh, hör damit. Autsch. Digga, what the fuck? Yo, Alter. Ich bin kaputt. Wie viel? Nummer 6 ist da tot. Komm, repariere schneller. Nice. Let's go. Und dann schießen wir noch ein bisschen mit der Lokomotive. Tutet. Hm, das bringt jetzt auch eigentlich nicht so viel. Oh, Ziel wird erobert. Ich weiß einfach nicht, wovon wir beschossen werden. Da ist einer. Feind getroffen. Oh, Junge. Nice. Hallo, Panzer. Wie geht's dir? Ich bin schon wieder kaputt. Da hinten ist aber auch was kaputt. Oh. Oh. Ich will ja auch gerne schießen. Ich bin tot? Niederlage. Achso, okay. Okay. Das, das, ja. Ach du Scheiße, haben wir verloren. Die deutsche Mannschaft hat wieder verloren. Ach, Scheiße. 25 Minuten geht das Video, ja. Es wird auf jeden Fall, wie gesagt, im nächsten Video nicht mehr so sein. Definitiv. Nicht. Und ja, jetzt gucken wir mal, was wir alles bekommen haben. Alles klar. Das Baby ist erster. Geil, ein. Wow. Ein Coin. Willst du mich verarschen? Äh, das Spiel hat sich aufgehalten? Oder war es der Schluss? Ich wollte doch noch gucken mit den, äh, ist egal. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like, da werden mich tierisch freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao. Und mit V. Tschüss. 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 Vielen Dank.